Bessere digitale Bildung durch Reduktion. Reduktion ist ein bekanntes Prinzip aus der Bildung, aus der Didaktik. Und das kann man natürlich auch auf digitale Bildungsangebote perfekt anwenden. Wenn man erst mal von der grundlegenden Gestalt ausgeht, kann man sagen, ja, es gibt durchaus Regeln, Rules of Thumb, die man einsetzen kann, damit digitaler Content erst mal besser wird. Da gibt es die 60-30-10-Regel zum Beispiel. Das heißt, 60% sollte möglichst unaufgeregt sein, sodass man da seinen Content platzieren kann. 30% sind entsprechend geparkt oder gebucht für Designfarben, die eure Bildungsinstitution mitbringt. Und 10% sind reserviert für Call-to-Action-Elemente, also Buttons oder Weiter-Drückknöpfe oder ähnliche Sachen. Das ist natürlich so eine Rule of Thumb, aber ich bin da eigentlich noch ein bisschen radikaler diesbezüglich und sage, es muss letztlich auf wesentliche Inhalte ankommen. Und insofern habe ich mir über das Wochenende auch bei der Überarbeitung von Content Guidelines Gedanken gemacht und habe so überlegt, Mensch, was kann man denn machen, um den Content noch besser zu machen, um ihn noch stärker zu vereinfachen. Und da habe ich erst mal so eine Not-to-Insert-Liste gemacht. Das heißt also, mit dieser Liste könnt ihr euren Content auch noch mal ein bisschen aufräumen. Der erste Punkt betrifft Grafiken, also diese 30%. Hier würde ich radikal vereinfachen. Geht weg von großflächigen Grafiken, die von wesentlichen Inhalten ablenken. Versucht das Ganze so klar wie möglich zu kommunizieren. Der nette Nebeneffekt dabei ist natürlich auch, dass ihr entsprechend auch Datenmengen spart. Das heißt, bei euren Lernungen kommt der wesentliche Content auch schneller an. Oder aber, wenn ihr sagt, naja, ich kann auf eine bestimmte Grafik nicht verzichten, dann versucht sie, soweit es geht, zu reduzieren, sodass wirklich nur noch das übrig bleibt, was ihr auch wirklich braucht. Der zweite Aspekt sind Inhalte. Manche von euch, die neigen dazu, viele Inhalte irgendwie zu posten, beziehungsweise in eure Lernmodule reinzubauen. Aber hier empfehle ich euch, reduziert das Ganze auch radikal auf das Wesentliche. Werft also Sachen raus, die nicht für die Zielstellung hilfreich sind. Oder lagert sie aus, sodass Interessierte das nochmal nachlesen können. Aber fokussiert euch auf wesentliche Inhalte. Und vom Inhalt kommt man natürlich auch gleich auf die Textebene. Da solltet ihr darauf achten, dass ihr beispielsweise keine Füllwörter wie beispielsweise nutzt. Ihr solltet also sagen, benutzt keine Füllwörter, denn sie lenken nur vom Wesentlichen ab. Also eigentlich und zum Beispiel, infolgedessen, das sind so entsprechende Füllwörter. Ihr müsst doch mal im Internet gucken, da findet ihr eine ganze Liste. Und dann könnt ihr das entsprechend mal durchgehen und da mal ein bisschen eure Texte ausmisten. Und wenn ihr dabei seid, werdet ihr feststellen, dass eure Sätze auch automatisch kürzer werden. Das ist das Nette daran. Also versucht eure Hauptsätze wirklich kurz zu halten und dann nicht immer solche Schachtelsätze zu bilden. Das macht die Textstruktur einfacher zu erfassen. Denn es geht ja letztlich um Vermittlung und nicht um tiefgehende philosophische Gedanken an dieser Stelle. Dafür gibt es dann entsprechende Bücher und alles, was man so ablegen kann. Dann gibt es noch ein weiteres Mittel und das sind die guten alten Absätze. Versucht nicht so eine lange Textwurst zu produzieren, sondern versucht das wirklich absatzweise zu machen, sodass ihr halt nicht zu lange Textsegmente habt, sodass das Gehirn eurer Lernenden eure Textsegmente auch nochmal ein bisschen zerlegen kann. Wenn euch dieses kurze Video geholfen hat, dann liked den Beitrag und teilt ihn natürlich auch gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen oder mit Menschen, wo ihr wisst, die überladen klassischerweise ihren digitalen Content, zum Beispiel ihre PowerPoint-Folien. Und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.